Grüß Gott meine Lieben, ich sage euch was in der Steiermark ist wieder so was von schön heute, ein herrliches Wetter, ich genieße heute am Pool einer meiner Lieblingsspeisen, Spaghetti Carbonara, da präsentiere ich euch gleich einmal unser Parmesan Schüssel, wo ihr den Parmesan wunderschön im Geriebenen am Tisch euren Gästen präsentieren könnt, die Schüssel gibt es im Online Store, schaut aus wenn Parmesan Laib, dann präsentiere ich euch wieder unseren Grazy Crown, den haben wir jetzt wieder in Aktion meine Lieben, das Kilo für 19 Euro, könnt ihr online bestellen oder im Strawpool, ich genieße jetzt den heutigen Tag am Pool, irgendwie bin ich schon traurig, das ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich nicht nur G-Solo fahre, lieber G-Solo, ist einer meiner Lieblingsdestinations, zum Urlaub machen, Heuer bin ich nicht runtergefahren, bin ins Haus gehen, am Pool, dafür genieße ich jetzt meine Spaghetti Carbonara mit dem Grazy Crown. Absolutely delicious, also sag ich was, der Grazy Crown, das ist sowas von geil, dazu genieße ich einen Moet Imperial Rosé, und lass es mir zu Hause natürlich auch gut gehen, also wenn ich schon nicht nach G-Solo kommt dieses Jahr, genieße ich die Sonnenstunden auf meinem Pool, mit meinem Spaghetti Carbonara, den Grazy Crown und den Moet, probiert das aus meine Lieben, bestellt euch den Grazy Crown, und dann Naktionez, Kilo 19 Euro, dazu die schöne Parmesan Schüssel, und nicht vergessen, ganz wichtig, zum Abrunden, einen Moet Nektar, nicht Nektar, Moet Rosé Imperial. Prost meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.